Die Alema-Regel zum Geld sparen. Wenn du einen Neu- oder Jungwagen suchst, schau erstmal bei Alema vorbei. Alema ist ein Automobildiscounter. Der hat über 300 Autos auf dem Hof stehen. Natürlich zu super Preisen. Da ist bestimmt deiner dabei. Wenn nicht, kommst du ja immer noch zum Händler. Also merke, erstmal geh mal zu Alema.